Musik Gehen Sie durch das Tor, die Fabrik und durch das blaue Tor zu Block 6. Schleichen Sie in das Kommandogebäude und holen Sie eine detronische Batterie. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein. Sie müssen nun das Tor passieren, durch das Sie hereingekommen sind, dann weiter durch die Fabrik, dann durch das blaue Tor zu Block 6. Dort suchen Sie sich einen Weg ins Kommandogebäude. Da finden Sie die detronische Batterie. Ich habe schon begriffen. Ja, also herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein. Wir wollen jetzt endlich die detronische Batterie holen, nachdem wir in der letzten Folge das Sicherheitssystem außer Gefecht gesetzt haben. Und das Messer getötet haben. Okay, da kommen wir nicht rein. Vielleicht wollen wir da auch einfach nicht rein. Ähm. Oh. Dann gucken wir mal, ob wir die detronische Batterie so einfach ohne Probleme bekommen können. Ich fürchte ja eher nicht. Oh Mann. Na, hier ist nichts. Ey, die Engel quatscht immer noch da draußen. Die geht mir so auf den Kieks. Was? Was sind wir? Das Kommandogebäude. Wie? Und hier ist nichts los, oder was? Da liegt auch was. Da leuchtet was. Ein Medikit. Na toll. Oder Medischock. Für uns sonst noch irgendwas? Nö. Können wir wahrscheinlich hochgehen, ja. Ich glaub, wir wollen erstmal hier unten gucken, was es so gibt. Hier ist nix. Ja. Da passt der dicke Kerl natürlich nicht durch. Also, das heißt dick. Der wunderbar gebaute Kerl. Ach, sammeln wir einfach mal alles ein. Kann ja nicht schaden. Kommen wir rein, denke ich mal. Also da. Aha. Ja, ich und, äh, und. Oh. Ja, das ging ja dann doch. Ne, da ist nix. Irgendwas? Nö. Na gut. Dann gehen wir mal hoch. So. Im ersten Durchgang. Ich durch den Haupteingang rein hier. Unten. Kommt der her? Ne, der sieht uns auch nicht. Sehr schön. Da geht's hoch. Gucken wir mal. So, Limit erreicht. Geht hier noch irgendwo einer lang? Nö. Nö. Na, oder doch. Oh. Ups. Na gut, dann brauchen wir's doch. So. WC. Wie? Hallo? Ich, ich muss mal. Gibt hier noch irgendwo was rum? Milischock. Was steht da? Verweigert. Schnarcht hier irgendwo wer? Oder ist das nur so ein komisches Rauschen? Mörder-Duo heute hingerichtet. Berlin, 7. November 1960. Die Fernsehübertragung der Hinrichtung des abweichlerischen Mörder-Dos ließ die versammelten Menschenmengen auf den Straßen und Plätzen der Stadt lachen und jubeln. Seit ich weiß, dass diese beiden Bestien beseitigt sind, fühle ich mich viel sicherer, sagt einer der Zuschauer. Ein Freund eines Freundes wurde von diesen Mistkerlen umgebracht, schrie ein anderer. Dies sollte andere Abweichler lehren, dass die Justiz sie schließlich alle finden wird. Mistkerle. Was ist das? Achso. Ah. Ein Schrank. Spinnt. Entschuldigung. Hier sonst noch irgendwas? Nö, nö. Na, die hier alle verweigern. Da waren wir bei allem langweilig. Na, wollen wir uns den Tisch da so angucken? Nö, hier liegt nichts rum. Hier können wir auch nichts machen. Schade. Gehen wir erst hoch oder gehen wir erst runter? Achso. Da geht's runter. Was ist hier noch? Nix. Hm. Ups. Ich denke, wir gehen erst mal hoch. Oder? Ach komm, wir gehen runter. Oder nicht? Ich bin so unentschlossen gerade. Ach, wir gehen erst hoch. Das ist vielleicht die Aussicht schön. Da steht einer. Der ist allerdings ein bisschen döschig. Ähm. Ähm. Ja, tada. Ich bin ein Magier. Okay. Ich hab das, das, die, die Gläser ausradiert. Hm. Okay, hier kommen wir in den Hof runter. Das wollen wir aber nicht. Okay. Na, Gott sei Dank war es nicht besetzt. Hey, euer Klo läuft. Was ne Verschwendung. Hm. Hm. Der Hund ist auch ne kleine Dranentüte gewesen. Ja. Ey, hier nicht, nicht so viel Müll rumstehen lassen. Ja, okay. Ist auch wieder gut. So. Hier noch irgendwas rum. Außer ein Messerchen nicht viel. Kann ich irgendwas machen? Irgendwo? Nein. Oh. Jam, jam, jam. Der Hund braucht es ja nicht mehr. Aha. Okay, da wären wir also hochgekommen, hier. Na gut. Äh. Mhm. Ja, was war das? Okay. Was haben wir da jetzt gefunden? Nö. Hm. Okay. Leitartikel. Widerstandszellen aktiv. Berlin, 7. November 1960. Viele von uns dachten, dass die Terroristenzellen in und um Berlin herum nach einem halben Jahr der Inaktivität endlich ausgelöscht wären. Doch seit der Flucht eines wichtigen Mitglieds des Widerstands vor einigen Wochen deuten beunruhigende Ereignisse in letzter Zeit auf eine Reaktivierung von Zellen hin. Die enthauptete Leiche eines hochrangigen Kommandanten unter General Straßes Befehl wurde erst vor zwei Tagen auf dem Grund eines Flusses in der Nähe der polnischen Stadt Gdingen? Oder Gullingen? Nee, Gdingen. Entdeckt. Waren die sechs Monate des Friedens vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm? Ja. Waren sie. Okay, da müssen wir tatsächlich runter. Haben wir hier eine Karte? Ja. Okay, da hinten ist es. Das scheint dann der Keller zu sein. Oder zumindest das Erdgeschoss. Wir sind ja hier im ersten Stock. So wie es aussieht. Was ist denn das eigentlich? Bitte Abschnitt 17 beachten. Keine Dosen oder sonst was wegwerfen. Da kann man drauf ausrutschen. Und dann tut's weh. Ja. Schön. Ich hab doch Vorfmesser. Boah. Warum hab ich das noch nie gemacht? Wie cool. Wie cool. Das war einfach. Das war in der Tat einfach. Nun gut. Hm. Ne? Ne? Rüstung ist voll. Ne? Sieht schon cool aus mit den zwei Messern, oder? Ah ja. Hier. Hier wären wir auch gar nicht reingekommen. Okay. Hm. Aber ich bin beim letzten Mal auf jeden Fall nicht da unten durchgekommen, sondern bin woanders langgegangen. Hier noch irgendwo was. Ausströmendes Gas löst Explosionen im London Nautica aus. Hm? Ich weiß gar nicht, wer daran schuld war. Ist mir jetzt ein Fallen. Hm. Noch mehr von der Bande. Wie hätt's auch anders sein können. Und, ein Auto. So ein kaputtes Auto. Noch in einem Lager. Hallo? Wo ist denn der Zweite? Hallo? Das war ein theatralischer Tod. Geht hier irgendwo sonst noch was rum? Nö, nix. Wie schade. Ja. Nö. 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 Meine Güte. Oh oh. Ich bin jetzt mal so. Ein Saboteur. Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja. Der Nachtzug. Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht so sehen, oder? Der Gestand dieses Ortes. Mach was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Oh man. Oh man. Wie der Seth gerade gegrinst hat. Ja, weg mit der Alten. Oh, was halten die Alten alles auf? Geh weg, du doofe Kuh. Schön weg mit Alten. So war gut. Wut? Auha. Ja, ich kann das ja auch so gut. Was? Wie? Oh. Da oben noch. Ja, da ist Ruhe. Oh, schnelle Deckung. Gehen wir mal weiter. Wie? Von wo denn? Ach, da. Äh, wie es Flatsch gemacht hat, einfach mal. Und wo denn noch? Ach, da. Oh, Mist, 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 Mist. Mann, 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 Mann. Muss ich gerade tierisch konzentrieren hier? Ist ja doch einiges los. Oh. Es ist Ruhe. Gut. Ups. Kann man das aufsammeln? Nö, schade. Hey, ich öffne jetzt die Tore, Herr Blazkowitsch. Beschützen Sie Sie, Herr Blazkowitsch. Hm, hier liegt einiges rum. Oh. Was ist denn jetzt los? Boah. Boah. Na toll. Boah. Boah, von wo denn? Ach, da. Boah, Mann. Das artet ja an Stress aus hier. Oh. Ob nicht überleben wir das. Was denn, wie denn, wo denn? Ach, da. Trügerische Stille, ich sag's ja. So, schnell ein bisschen was sammeln. Ich hoffe, das bringt überhaupt was. Nö. Ist hier irgendwas? Nö. Hier noch irgendwas? Schnell mal umgucken. Nö. Die hier ist auch nichts. Scheint auch nur Rüstung zu sein. Gut. Dann mal zu Set. Nö. Nein. Nö. Nö. Verließt mein Lager! Ich mache sonst keine Komplimente. Aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer abgelartigen Physik unterschätzt, Laskolitsch. Dati Shud. Sagen Sie es mir. Ja, Serti. Die Dati Shud sind eine uralte mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Shud entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den Falsch nähen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was Sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere, groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die Ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann Sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Ach, scheiße. Aber wir können doch nicht einfach so losgehen und ein gottverdammtes U-Boot klauen, oder? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madam, ich bin ein Ingenieur, der Darty schult. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowitsch, Sie helfen ihm dabei, ja? Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blazkowitsch, ich bräuchte noch ein Schweißgerät, bitte. Ja. Seth? Ja? Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Ging es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Übernatürlich? An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Die Darty-Schut folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. Hm. Ja. All die Dinge, die Sie erschufen, wozu waren die ursprünglich gedacht? Sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht, abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache mit Gott, verstehen Sie? Ich komm nicht mehr mit. Die mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt Sie Gott näher. Hm. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen, das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt tief, tief unter der Erde und hält einige unserer gefährlichsten Schöpfungen weit, weit weg von der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Oh, Herr im Himmel. Hm. Interessant, interessant. Ja, aber das Schweißgerät suchen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.